Sonntagnachmittag 15.30 Uhr, Fußball-Bundesliga, 18. Spieltag, Schalke im Heimspiel gegen Köln. Ganz leichte Indikation wäre Richtung Schalke, würde ich jetzt einfach mal ignorieren. Zweimal jetzt auch ein bisschen doch enttäuscht, 1 zu 9 Tore kassiert, während Köln natürlich im Höhenflug 6 zu 1 und 1 zu 1 bei Bayern. Also 7 zu 2 Tore gegenüber 1 zu 9, dann braucht man nicht dieser Indikation zu folgen, wobei ich mir sehr wohl vorstellen kann, dass Schalke auch jetzt doch nochmal anders auftritt. Allerdings sind hier die Tore indiziert und dann finde ich das absolut okay. Natürlich auch die löchere Defensive und Köln wird jetzt auch mutig sein und als Favorit das Spiel angehen. Und dann haben wir eine relativ deutliche Indikation, 1 zu 81 auf mehr als 2,5, fair ist 1 zu 59. Ja, warum soll ich das ignorieren? Also da kann ich mir Tore vorstellen und würde das auch machen. Over. W différence ist die Tore der earnings. Ich hoffe, dass König des Köln führen kann ich mir sehen, dass ich ein wenig Nate gelegve, das ist das Beispiel nach einer mit B-B